Ja, hi. Ich stehe jetzt vor dem Justizministerium von NRW, wo Dr. Benjamin Limbach sitzt und ich habe die letzten Stunden im Auto gesessen und habe fast 100 Videos hochgeladen, ältere Videos und auch Beweisvideos. Und ich fordere Sie hiermit auf, Herr Dr. Limbach, dass Sie bitte, bitte, bitte eine Untersuchung einleiten, weil das, was in Münster abgeht, das ist höchst kriminell und zwar werden die Gesetze unseres Landes dazu benutzt, einen Menschen zu quälen, einen Menschen mehrmals unschuldig schuldig zu sprechen. Das ist ein großer und wirklich nicht lustiger Justizskandal. Man hat schon versucht, durch die Justiz mich als verrückt zu erklären, was Gott sei Dank nicht geglückt ist. Und ich hatte Angst um mein Leben, weil ich obdachlos gemacht worden bin. Und das ist alles nur wegen meiner Abstammung. Es kann so nicht weitergehen, Herr Limbach. Ich werde jetzt diesen Umschlag einwerfen und auch an Herrn Reul und ich hoffe, Sie erhören mich endlich. Danke.